so okay meine aufnahme ist jetzt auch wieder da okay wo waren wir bei amazon ja amazon ist so normal klingt wie so ein poni schuppel da habe ich ja gesagt es wird ein bisschen dauern bis sie geliefert werden dann kommt jetzt eigentlich stein satz so kann ich anfangen geht schon gut los was muss ich sagen was ach so warte mal also dein letzter zuerst war dass ich mir bestellt habe bei amazon und das war aber nicht im text und dass es ein bisschen dauert bis sie bekommen dann hast du ja gesagt ja wenn ich soweit fertig bin mit meinem umzug dass ich ja jetzt habe ich es wieder gut ja das ist sehr gut denn wenn ich dann mit meinem haus alles so fertig bin ein gericht und das ganze zeug könnte ich ihnen ja helfen bei ihren möbeln das wäre wunderbar aber ich muss ihnen gleich sagen die möbel die sind sehr sehr schwer und dann müssen sie glaube ich ihren pullover ausziehen und ich denke auch mal ihr händen weil sie werden nämlich sehr 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 schön das ist das ist kein problem ich bin das gewohnt ich bin von arbeit her das gewohnt ich bin möbelpacker und deswegen bin ich schwere möbel gewohnt aber es wird hier ganz ganz heiß hier drinnen werden wissen sie hier ist so eine wärme drinnen also es ist manchmal unglaublich zum beispiel der hund der strahlt ja schon diese wärme aus käme ein schnupsel pupsel ja wie 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 heißt denn ihr hund wuff wuff welch ein schöner name du bist ein feiner wuffi du bist du ein feiner du bist du ein feiner oh ich glaube er möchte Häufchen machen die sollten glaube ich runter gehen ja das wäre vielleicht eine sehr coole idee achso übrigens da ist mein fernseher mit ganz ganz vielen hilfers und habe ich ihnen schon mein schlafzimmer gezeigt ja haben sie schon finde ich sehr schick das schlafzimmer habe ich ihnen das immer wieder schon gezeigt ich kann mich echt nicht daran erinnern doch doch das haben sie mir schon gezeigt ich meine gucken sie sich mal das muster an der bettdecke es ist wirklich eine sehr schöne bettdecke es ist eine antiquität ist das also wollen sie das bett nicht mal ausprobieren später vielleicht einmal mal so drin liegen das ist so entspannend wissen sie okay aber nur einmal aber nur ganz kurz ja ich möchte ja nix irgendwie schmutzig machen oder sowas ja das machen sie schon nicht ja also ich muss echt sagen ich muss sagen es liegt sich echt mach das nie wieder ich wollte hier nicht hoch weißt du kommt langsam immer näher wie so creepy febrüse und creepy musik du musst liegen bleiben du musst liegen bleiben man ja das hat ja ich kann ja nicht schlafen wieso scheiß es ist Tag verdammt es ist Tag ja äh warte du musst liegen bleiben du musst liegen bleiben aber bleiben liegen so jetzt dürfte das eigentlich wieder jetzt dürfte das eigentlich jetzt dürfte das eigentlich ja 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 gut warte so jetzt äh sonst steh ich ja gleich wieder auf ja das ist ja dann doof so ähm wie waren wir eigentlich wir waren bei ähm wie liegt es ich schneide es ich schneide es ich schneide es ich schneide es und mhm und wie viel ist sicher es äh ist echt äh sehr weich das Bett muss man sagen gefällt mir warum sieht das Bett her ja das das hab ich ähm ja mhm ich weiß gar nicht mehr wie die Salaten hießen oh das weiß ich ehrlich gesagt nicht wissen sie ich bin manchmal sehr sehr vergesslich wissen sie ja das ist ja äh macht ja nichts aber wollen sie nicht länger drinnen bleiben sie sah da so friedlich aus nein 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 ich hab ja noch ein bisschen was zu tun ich muss ja noch ein bisschen meine Möbel anrichten und äh ja oh entschuldigen sie ich hab ja inserz teils vergoldet ach was ach was ich bin ja vorbeigekommen und wollte mich das mal vorstellen ach damit man weiß mit wem man es hier ein bisschen zu tun hat und äh ja sie kennen das ja vielleicht sicherlich ja das ist sehr aufmerksam von ihm oh er ist ok ja ja dann ja gut ich mach dann mal wieder in meine Wohnung ich muss dann noch ein bisschen was machen und wir sehen uns ja dann später. Ja, das ist von mir ganz bestimmt. Ich freue mich schon drauf. Ja, ich mich auch. Schönen Tag noch. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, neuer Nachbar. Tschüss. 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 Oh mein Gott, er ist so geil. Oh mein Gott. Er muss mein neuer Freund werden. Was, wenn er mich nicht mag? Vielleicht sind meine, 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 meine Minkas so kleinen, meine zwei kleinen Süßen. Aber er wird mein Freund werden. Das garantiere ich. Fortsetzung. Du musst aber die kranke Alte rausschneiden, ja? Das glaube ich gar nicht. Muss ich gucken. Alter, war er haltet. Da werde ich jetzt erst mal der erste Part. Ja. Warum habe ich die Aufnahme beendet? Holly hat gerade Blacky gepoppt. Gerammelt. Bitte was? Ja, das sah jetzt so geil aus. Blacky hier so, jetzt hier gerade links, so wo ich es gerade sehe. Und, ähm, Holly hat ihn gerade, ist ja einfach so normal gelaufen. Aber das sah gerade so geil aus. Und ich hab's nicht auf Bann. Mann. Das sah gerade so geil aus. Toll. Gut, dann werden wir jetzt erst mal der erste Part fertig, ne? Ja. Haha, sauber. Und ihr seht ja bei mir zwei Parts oder ein Part. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt schneiden werde. Aber ich denke, wir machen euch mal ein Part drauf. 17 Minuten. Wir sitzen aber hier jetzt ungefähr eine Stunde dran. Ja, kommt jetzt hin, ja. Oh mein Gott. Krass. Und jetzt geht's direkt zum zweiten Part. Was? Ich hab keine Idee für den zweiten Part. Würdest du mich verarschen? Was? Wie? Brauchst du jetzt nochmal zwei Wochen oder was? Weiß ich nicht. Ich glaub... Warte mal. Ich glaub, ich komm dann zu dir einfach mal. Warte mal. Wie konnte man diesen Kuchen nochmal backen? Oder hab ich einen Kuchen? War vielleicht einen Kuchen unten? Warte mal, das war doch Weizenzucker. Äh, war der Gemut. Warte mal. Da, was essen. Nee, hier ist ein Äppel. K-Kürbis Kuchen. Aber ich würde dir so einen richtig geilen Kuchen geben. Nee, Kürbis Kuchen. Ja, warte mal. Ich hab, 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 ich hab. Okay. Okay. Oh? Oh? So. Ja. Ja.